Moin Sie, leicht Matrosen! Wund ich ja nicht, wenn ich den Glied geklärt habe als Mitweg, weil ich habe dieses Video und das Video von Mitweg am selbe Dach dreht. Und ich habe keinen Bock, mich immer untertrecken. Deswegen habe ich das einfach anbehalten. Naja, ist ja auch gegolfen, doch habe ich was helles neues für euch. Ich mag nämlich den Speech Jammer Challenge oder, wo man auf Platz jagen geht, den Holding Back Challenge. Hä? Was ist das denn? Das ist eine App für das Handy und wo das funktioniert, das erklärt ja nun. Also, das funktioniert so, man setzt sich Kopfhörer auf und sieht was und man hört sich ein bisschen verzögert wieder. Das ist hell fies, weil dann das Brotten stürte wird, aber es ist sehr gut. Damit sich das alles noch ein bisschen blöde anhört, habe ich mir doch, mag ich einfach Turnbrickes. Das ist ja noch ein bisschen stürte. So sieht das dann gut und nun schalte ich doch mal an und mag mir ein Turnbrickes. Das ist nicht so einfach. Nun kommt es schwer. Das ist nicht so einfach. 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 Ich weiß nicht so einfach. Was ist das denn? So, Turnbrickes Nummer 4. Klaus, Knopp, Klaut, Klümp und Klops und Kaut, Klümp und Kloss, Klaut und Kaut, Klaus, Knaas, Knopp. Hä? Graubrot, Blüff, Graubrot und Körbrot, Blüff, Körbrot. Oh Gott. Das ist richtig komisch. Probiert es doch einfach mal gut. Und die App gibt es in Playstore. Ich verlinke das ja auch nochmal unten in der Infobox. Und dann würde ich mal sagen, Fisch brauchst du auch mit. Und wenn jetzt echt noch an ihr denkt, das ist irgendwie eine Produktplatzierung oder was weiß ich. Das ist nicht so. Das mache ich hellfreiwillig. Und ja, hier oben gucke ich nun eure letzte Video. Und doch noch dafür letzte Video. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr euch gerne unten da unten hier irgendwo. Und ja, wenn dir auch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir doch einfach einen Dungerbogen. Und dann würde ich sagen, bitte an den Weg hier. Tschüss.